Das Stadion, der St. Jakob-Wag passt wunderbar ins Stadtbild. Eine Stadtantrage an unseren Experten, der ist deiner Ansicht nach ins Stadtbild. Eine Stadtantrage an unseren Experten, der ist deiner Ansicht nach... ... ist Henry Kellner, der funktioniert in der Position neben dem zentralen Angreifer. Genau so gut für die Störner selbst. Dagegen kann man überhaupt nichts sagen, er ist... ... neben dem zentralen Angreifer... ... genau wie gut für die Störner selbst. Dagegen kann man überhaupt nichts sagen, er ist... ... der Assistent lässt sich vorne unten. Versucht ihn da zu klären. Das ist spektakulär. Rüber, nach rechts. Da verheddert er sich. Da haut er ihn einfach weg. Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist sehr anständiges Pressing-Verhalten. Und der Ballverlust. Und ab die wilde Fahrt. Ein super Pass. Da ist die Möglichkeit. Mann, hat der eine Ausdauer. Da kommt der Ball. Da hat er noch so den Fuß in die Tür bekommen. Bekommt. Bekommt den Freistoß.